Hallo liebe Games-CH-Leser, euch und allen anderen Gamer da draußen ein herzliches Willkommen zu unserem Testvideo zu New Super Mario Bros. U Deluxe. Damit hält auch das erste 2D Jump Run mit dem italienischen Klempner-Einzug auf der Switch, nachdem uns Nintendo mit Super Mario Odyssey bereits einen erstklassigen 3D-Plattformer beschert hat. Besitzern des Switch-Vorgängers Wii U müssen wir womöglich gar nicht allzu viel über New Super Mario Bros. U Deluxe erzählen, denn im Wesentlichen handelt es sich um eine leicht angepasste Umsetzung des Wii U Originals. Ihr bewegt euch auf der Oberwelt also wie gehabt durch insgesamt 8 Welten und exakt dieselben Levels. Ihr bekommt hier allerdings direkt das Komplettpaket, denn neben der regulären Kampagne dürft ihr auch sofort in New Super Luigi U einsteigen, das im Wii U Original nur als kostenpflichtiger DLC-Inhalt verfügbar war. Aber auch abseits dessen kann sich niemand über die Vielfalt in New Super Mario Bros. U Deluxe beklagen, denn jede Welt bringt euch in eine ganz andere Umgebung, etwa in den sehr klassisch anmutenden Eichenhain, in Wasser- oder Wüstenareale oder auch mal in stark an Luigi's Menschen erinnernde Geisterhäuser. In der Mitte und am Ende jeder Welt erwarten euch Bosskämpfe, die anders als die Welt selbst nur geringfügig im Schwierigkeitsgrad ansteigen. Euer Ziel in New Super Mario Bros. U Deluxe besteht in der Befreiung des Königreichs von Prinzessin Peach, über das Bowser und seine Schergen zu anders sein. Als Mario müsst ihr aber nicht zwingend spielen, sondern könnt auch die Rollen von Luigi und Toad wählen. Darüber hinaus stehen euch auch Toadette und Mopsy zur Verfügung, die gleichzeitig einer leichten, respektive sehr leichten Variante entsprechen. Mopsy kann etwa durch sämtliche Gegner einfach hindurchlaufen, ohne Schaden zu nehmen und nur durch einen Absturz in die Tiefe sterben. Dafür allerdings profitiert ihr nicht von den Power-Ups wie Wachstumspilzen, Feuerblumen oder dem Waschbären-Outfit, das spezielle Moves ermöglicht. Die braucht ihr in den ersten Levels nur selten, um den Ausgang zu erreichen. Auch andere Funktionen wie Spurz helfen zwar, um Sprungpassagen effektiver zu absolvieren oder um die drei großen Sternmünzen in jedem Level einzusetzen. Aber erst im späteren Verlauf erweisen sie sich teils als regelrecht unerlässlich. Ähnlich wie das Wii U-Original könnt ihr New Super Mario Bros. U Deluxe auch kooperativ spielen. Während das auf Wii U mit bis zu vier Mitspielern ging, funktioniert es auf Switch nur noch mit drei Mitstreitern. Der Grund ist einfach, auf Wii U baute der Hauptspieler bloß Plattformen für die anderen auf dem Wii U-Gamepad. Genau diese Funktion gibt es in der Switch-Umsetzung nicht mehr. Es gibt eben auch keine Second-Screen-Funktion mehr, wie das eben auch beim Vorgänger der Switch der Fall war. So unübersichtlich es im Koop-Modus aber auch manchmal wird und sich die Helden sogar gegenseitig blockieren können, ist und bleibt der Koop-Modus eine ziemliche Gaudi. Neben der Kampagne im Solo- und Koop-Betrieb erwarten euch in New Super Mario Bros. U Deluxe noch weitere Zusatzinhalte wie Time-Challenges, die Münzjagd oder das Schnellspiel, in dem ihr spezielle Level-Sets auf Challenge-Basis spielt. Allein die Kampagne beschäftigt euch für locker zehn Stunden. Komplettierer und Nutzer des reichhaltigen Zusatzangebots können gut und gerne die dreifache Stundenzahl einplanen. Abseits von größtenteils kaum nennenswerten Details, ändert sich im Vergleich zum Wii U-Original unterm Strich wenig, was in Anbetracht der hohen Qualität jedoch auch kein Manko darstellt. Das gilt im Zuge dessen auch für die nur leicht verpresserte Grafik, was bei einem solchen schon auf Wii U sehr detailverliebten 2D-Spiel aber auch kaum verwundern dürfte. Schade ist allerdings, dass sich auch bei der leicht schwammigen Steuerung per Sticks nichts verändert. Die Bedienung mit den kleinen Joy-Cons verstärkt dieses Problem sogar eher noch. Solospieler, die einen Pro-Controller besitzen, sollten in jedem Fall diesen wirken. Weitere Details zu New Super Mario Bros. U Deluxe sowie unsere Wertung findet ihr im Testbericht auf Games. Sehaut!